Ja, los geht's! Hey Leute, hier ist Aldemar mit Starsektor. Weiter geht's. So, auf ins Abenteuer. Wir müssen ins Corvus-System, gerade tötenfeuer, machen wir noch einen Zwischenstopp und ich muss die Crew loswerden. Dann würde ich ständig zu viel bezahlen. Quality Growth, Size Increase 2,4. Nice! Sehr gut. Active Falter Prime. Was? Eine Zelle aktiv. Also jetzt geht's los, ne? Aus dem nächsten... Okay. Ja, die sind ja da. Dann haben wir was zu tun. Ist doch schön. Oh, ne, eh nicht so viele. Aber es ist immer... Es ist halt gut, dass ich so überviele habe. Weil dann kann ich halt Schiffe organisieren. Überlege, ob ich jetzt noch äh... Äh... Ich meine jetzt hier weiter. Gucken wir noch kurz bei Fleet rein. Oh, Aurora Cruiser! Ne. Oder? Ich weiß halt nicht. Ich meine... Hat aber auch... Gucken wir mal, wie viele... Ne. So. Leganier Pirates, ne? Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Vielleicht können wir uns da noch ein neues Schiff organisieren. Wir haben viel zu wenig Supplies. Gucken wir mal, aber ich glaube, die waren recht teuer. Boah, hier voll das Unwetter. Ne. Das geht sogar. Hör, warte mal. Jo, tausend haben die. Oh, die haben so viele Waffen hier, ne? Guck mal, 425 und 793. Können wir eigentlich machen. Wie viel wollen die? Warte mal. Die wollen... 400. Und mal mit allem. Ach, das reicht. Machen wir das noch, bevor wir da hingehen. Asconia. Das ist doch hier. Und das Arcadia. Oh, Mann, ey. Ach ja. Ach ja. Sindria war das, ne? So. Ne, Kruhe. Aber wie viel Sprit wir mitnehmen können. Und wir haben noch nicht mal so Riesentanker. Mein Gott. Wir machen jetzt immer Plus. So muss das sein. Jetzt müssen wir Offiziere uns anheuern. Wir müssen diese blöden Piraten stoppen. Ich muss mich halt echt beeilen hier. Ah, wieder zu nah, ey. So muss ich mal ein Quick Save. Ich weiß nicht. Die mich scannen wollen. Aber ich glaube, die möge ich nicht. Oh. Kruhe. Ich bin nur auf Kruhe. Scheiße. Da war ich ja doch da richtig. Wuh. Wuh. Naja, ein bisschen halt, ne? So für den hohlen Zahn. Gucken wir mal. Naja. Jetzt wollen die bestimmt irgendwas. Ne. Geh raus hier. Dann geht's nach Corpus. Nach Blödos. Nach Blödos. Nach Blödos. Ich will das überhaupt schaffe. The Raid of the Telefasor Star System has failed. Ah, sehr gut. Müssen wir trotzdem aufhalten. One large fleet. Ich glaube, die müssen wir trotzdem angreifen. Die hört ja nicht auf. Guter Preis. Wir haben keine Marines. Ich muss mich ein bisschen, wie kann ich das denn nochmal? Engage die Defenders. Try acquire valuables such as Blööööö. Multiple factions that are not currently hostile will become hostile if you carry out the bombardment. Hä, warum? Ich will doch nur ein paar Piraten töten. Warte mal. Ah, die Depends. Any on the scale. Achso, okay. Die finden das nicht gut, wenn man die ganzen Leute auslöscht. Aber das ist doch jetzt nicht so schlimm. Ups. Hat sie das jetzt erledigt mit meiner... Siedlung? Achso, ich habe ein eigenes Banner gemacht. Oder wollte. Aber das zu ändern ist ein bisschen kompliziert. Das hatte ich gar nicht erzählt. Naja, jetzt fliegen wir erstmal wieder zu unserem Heimatsystem. Weil wir haben dann noch die Ludic Spackos. Äh, weil ich muss das Safekeep meditieren, um das, äh, quasi zu platzieren. Oh, wir verbrauchen aber gerade sehr viel Sprit. Oh, Spritus, was ist mit dir? Ja, willst du mir das jetzt jedes Mal sagen, wenn ich in mein eigenes Heimatsystem bin? Aha. Ach du Scheiße. Wir probieren's. Deploy. So, wir versammeln uns alle um unser Ding ins Schiff und fliegen zum Com-Relay, würde ich sagen. Ich hoffe mal, das Beste. Aber da fliegt der gar nicht hin. Ah, jetzt. Ja, die Gegner nehmen die Dinger immer so schnell ein. Ich weiß auch nicht. Aha. Ich mach gerade, ich hab nur die Raketen ausgewählt, damit die KI jetzt gerade schießt. Fängt doch schon mal gut an. Einer weniger. Okay, da kommen sie. Das ist ein Schiff, was wir schnell zerstören müssen. Alle Raketen raus. Wir machen sehr viel Damage am Anfang, so viel wie es geht. Oh Mann, hier müssen wir echt aufpassen. Oh, 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 oh. Okay. Okay, okay, okay. Alarm-Explosion. Oh Gott. Ich hab zwei Treffer kassiert. Oh Gott. Oh Gott. Angriff, Frage für Brandus Iris. Oh nein, falscher Klopft wieder. Wir sind zu verteilt. Und zu wenige. Und diese kleinen Kackschiffe, ne? Oh. Oh. wir müssen uns sammeln alle um mich sammeln soll ich noch lebe ich wollte ihn ran Das macht echt gute Arbeit, ne? Ich glaube, ich brauche mehr Fast Carriers. Guck mal, wie viel der frisst. Machen wir noch mal, machen wir noch mal. Das machen wir einfach noch mal. Ich glaube, es ist machbar. Ich glaube, es ist machbar. Guck mal, das ist doch direkt der Ludic Path. Nochmal Oil. So, genau, die müssen wir deployen, nicht den anderen Müll. Ich überlege, ob wir ein bisschen flankieren sollen oder so. Hallo, mich bleiben, bitte. Tja, ich glaube, das ist besser. Genau, vielleicht mal bei den MGs. Okay, und los geht's. Wenn die alle um mich sind, ist das auch doof. Vielleicht bleiben wir beim Fast Carrier? Ne. Bleiben wir bei ihm. Und, und, und. Boah, den können wir uns holen hier. Wow, 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 wow. Mein Antrieb ist down. Oh, oh, oh. Ob ich ein Schwein. Habt ihr gesehen? Die Raketen sind alle in das Wrack. Ach du Scheiße. Okay. Das wär jetzt gutes Opfer hier. Na, ist wenigstens beschädigt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Los. Los, Bomberschwadron. Ja. Sehr schön, sehr schön. Sammeln. Oh Gott. Die Verluste. Komm zurück, Jonathan. Wir können auch alle jetzt quasi nach hinten fliegen und die hier hinter uns weg machen. Ich kann nichts mehr kommandieren, das ist so bescheuert. Okay. Okay. Okay, ich geh mal hinten helfen. Oh Scheiße. Nein, das war mein Untergang. Scheiße. Das lief doch so gut. Das war's. Okay. Okay, wir müssen uns wegschrauben. Okay, wir müssen wegschlauber ein. Okay, wir müssen wegschrauben. Wir müssen wegschrauben. Wir müssen wegschrauben. Wir müssen wegschrauben. Damit muss das wegschrauben. Was ist das wegschrauben? Ich übernehme das Kommando und ruiniere unsere Flotte. Unseren Angriff. Nein! Nein! Diese Schweine. Machen wir nochmal. Mann, ich brauche mehr Schiffe. Ich brauche... Ich muss mehr... Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich muss einfach kaufen. Wäre dir gerade... Sollen wir noch was an Schiffen holen? Oder... Ich glaube, die greifen mich jetzt eh an. Du hast diesen Nebel hier raus. Auf jeden Fall. Vielleicht kann ich die bei unserer Raumstation stellen. Mal ganz schön weg von Walter Prime. Oh, oh. Probieren wir es nochmal. Oh. Das wäre die Idee. Ich müsste eigentlich nur zu meiner Dingensstation. Nur... Warum kann ich denn jetzt das hier nicht so hier laufen lassen? Ah, geht doch. Das ist alles. Und hier... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Faster Command, Point Recovery. Ah, ich weiß ja nicht. Warum ist denn jetzt der? So ein Blödsinn. Ich glaube, ich hole mir von denen noch ein paar. Zwar finde ich den Boost nie immer so toll, aber... Mann, ich habe meine ganze Gerade-Kick direkt wieder verheizt. Vielleicht ganz gut, die Flanke zu halten. Aber da geht es auch direkt wieder los. Guck mal, er hier. Oh, 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 oh. Wee! Nein, Mist! Nein! Nein! Das wird zu nichts, das wird zu nichts. Aber es hat Spaß gemacht. Wir versuchen jetzt mal zu unserer Raumstation durchzukommen. Ich kann jedes Mal die Dinger auch bis zum Ende spielen, aber wir müssen ja auch vorankommen. Nochmal. Ach, das gibt es doch nicht. Dass man nicht Escape-Crippen kann in einem Dingensdialog, ist blöd. Also. Nein! Und nochmal. Ich spring einfach raus. Macht's gut, ihr Luschen. Warum sind wir nicht direkt da durch reingekommen, so ein Blödsinn, ne? So. Wo bleibt ihr denn? Hier bin ich, ihr Loser. At my Room Station. Kennt ihr die Room Station? So, jetzt aber. Join Battle. Continue. Deploy all. Mehr geht nicht. Na gut. Die sind schon mittendrin. Schon ein bisschen doof. Eigentlich so schnell, ne? Ja! Los geht's! Boah, wir haben schon, boah, die Raumstation, ne? Boah, die frisst Damage. Boah, die überlebt das schon, die überlebt das schon. Boom, 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 boom. Allein die Geschütze, geil, oder? Boah. 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 Scheiße. Jetzt war nur ein Teil, ein Teil. Jetzt müssen wir Voll Assault machen, wir müssen den nämlich retten. Bom, 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 bom. Oh, komm doch, bleib doch hier, blöden Piraten, oh, sowas, die Schlachtung Walter Prime, die Folge, join the pursuit, oh, the second command to do the job, weg damit, äh, ne, davon will ich gar nichts, Ja, was soll's, wir brauchen mehr Schiffe, ist nicht so toll, aber, wer ist das denn hier, ach, das ist ein Konvoi von uns und das waren noch mehr Piraten, glaube ich, wir sind doch repariert jetzt, ne, Das sind die anderen Ich weiß ja nicht, wie gut das bei uns aussieht Continue Verpissen sich jetzt, ne, wahrscheinlich Ach nee, ich glaub, die kommen, aber, ja Oh, dann hab ich mich ein bisschen vertan Der da Du kannst dich alle abwehren Guck mal, ey, hier, Gunboat Der Kanon, Kevin Angriff Ja, das ist ja, ich frage dir Von Ja, ich frage dir Ja, ich frage dir dass ich finanzielle Angriff Ich frage dir Alles Ich frage dir Ich frage dir Deut Oh, dann Ich frage dir Ich frage dir Deshalb Ich frage dir Sie Ja Ja, ich frage dir Okay. Ja, wir wollen die weg haben. Nee. Sorry. Sonst musst du mal recoveren und einfach in die Station stecken. Ja, vielleicht mache ich das mal. Vielleicht sollte ich die eher einfach wirklich re-covern. Das ist nur ein Shuttle. Aha. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich jetzt da gedrückt habe. Combat. Combat Frachter. Ich bin sehr glücklich über mich. Manage Colony. Äh, ja. Es fehlt alles Mögliche. Ja, was soll ich denn jetzt für eine Industrie machen? Ich meine, was... Hier haben wir... Tech Mining. Tech Mining is a motley art of recovering valuable artifacts from the main ruins. Oh. Oh. Oh, das könnte doch gut sein. Ich glaube nämlich, ich muss... Äh. Comerance. Industry. Regulations. Grants. Infrastructure and Accounting driving independence trade. Colony income plus 25%. Ich glaube, ich gehe auf Tech Mining. Das klingt ziemlich gut. Bringt uns Market Upkeep Multiplier. Ich mache das mal. Wir müssen auf jeden Fall uns noch eine... Äh. Wir müssen uns hier noch eine Siedlung. Quasi. Das hier ist... Moderate Rare. Moderate Ore. Nur Atmosphere. Und Cold. 175. Und der hier. Scattered Ruins. Moderate Rare Ore. Abundant Ore. Was ist Abundant? Das ist gut, ne? 200%. Extreme Heat. Ich meine... Könnten wir ja auch machen. Wir könnten die beiden einfach besiedeln. Mal gucken, was passiert. Ich müsste mich mal schlau machen, ob das jetzt so ein schlimmes Problemchen ist oder nicht. Gut, liebe Leute. Das war's von mir. Liebe Leute. Liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Das wird doch cool, oder? Äh. Gut. Dann bis dahin. Wie immer haut rein, Leute. Wie immer haut rein, Leute.